Ich spreche jetzt mit Helmut Scheiner vom VDMA Mining und lass mir erst mal von ihm erklären, was der VDMA macht. Ja, der VDMA ist der zentrale Branchenverband für den Maschinenbau, für die Zulieferer und Hersteller von Spezialmaschinen. Das bezieht sich über den ganzen Maschinenbau. Wir sind hier der Fachverband Mining und unterstützen all die Zulieferer speziell im Bereich des Bergbaus, Bergbau-Zulieferindustrie. In Deutschland und im Ausland? Naja, im Wesentlichen die Hersteller, die hier in Deutschland ansässig sind. Wir kommen ja von der Tradition her vom deutschen Maschinenanlagenbau. Der VDMA öffnet sich zwar auch europaweit, also es können auch neuerdings oder seit zwei Jahren europäische Zulieferer auch Mitglied werden, aber im Wesentlichen dreht es sich hier bei uns um die deutschen Zulieferer, die aber weltweit exportieren. Zulieferer. Zulieferer. Zulieferer.